schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum nächsten part von pokémon platin wir sind hier stehen geblieben im letzten part und ja ich würde sagen wir erkunden die stadt jetzt hier einfach mal was soll ich nur tun ich habe es tatsächlich geschafft mein b schlüssel zu verlieren schon wieder die leute dieser ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein ich bin mir sicher ich hatte ihn noch als ich die rezeption verlassen habe wenn ich doch nur das itemradar hätte damit würde ich ihn im handumdrehen finden das heißt ich soll ihn für dich suchen gucken wir mal irgendwo befindet er sich bestimmt nur wo die frage glaubt es muss auch relativ genau sein das kann ich alles absuchen wissen die rezept da moment mal nein guck mal hier nach unten hier muss ja doch irgendwo sein oder gar nicht sein hier würde sich auch anbieten ich habe keine ahnung wo dieser b schlüssel ist hier oder ne moment mal gucken wir hier ist die nächste route schon hier 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 ja ok 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 top beleber nehme ich natürlich auch gerne also ich beschwere mich nicht top beleber ist auch sehr sehr nice aber ich hätte gern die diesen b schlüssel noch könnten wir das einrichten aber wo zum henker ist dieser b schlüssel ich habe keine ahnung wo sie den verloren hat nähe der rezeption das müsste eigentlich hier sein oder ich meine hier ist das hotel oder täusche ich mich sieben sterne restaurant ja gut restaurant gucken wir hier noch mal wenn es da nicht ist dann weiß ich es nicht solltet ihr einen scheiß schlüssel selber suchen oder ja okay ich gucke mich erst mal um kann ich hier schon weiter nein kann ich nicht das dachte ich mir fast stop 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 ja dich meine ich in sonneweg dass ich am ende dieser straße befindet hat es einen stromausfall gegeben sie arbeiten bereits daran die störung zu beheben aber die straße bleibt trotzdem vorher ist gesperrt ähm ok aber mich lässt dieser schlüssel nicht ich kann ich kann nur in diesen schlüssel denken ich will den finden weil ich wissen will was in dem haus ist oder was man bekommt verdammt na gut gucken wir erstmal hier rein sieben sterne restaurant der ort des guten geschmacks hey in unserem restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche menüs der werte gast kann auch an kämpfen teilnehmen bon appetit ach ja aber ich sehe gerade dass es hier gar kein pokémon center gibt was ein problem ist da unsere pokémon sehr sehr angeschlagen ist angeschlagen sind deswegen würde ich sagen gehe ich zuerst zurück gibt es hier echt kein pokémon center wie lame ist das denn ach moment hier ist ja auch noch eine menge sehe ich gerade ach hier hier ist was da ist der b-schlüssel ok wir haben ihn gefunden lol ich habe dieses areal ganz übersehen ist hier auch was nein aber hier gibt es echt tatsächlich nicht mal ein pokémon center verdammt ich bin zu geizig um beleber einzusetzen aber jetzt gehen wir erstmal ihr den b-schlüssel zurück was mache ich den jetzt nur ich habe den b-schlüssel verloren und weiß nicht wo oh das ist jetzt der schlüssel zu meinem bungalow du hast ihn für mich gefunden das ist aber süß von dir dankeschön bekomme ich auch was dafür vielen dank für deine hilfe hier habe ich ein kleines dankeschön die weiße flöte erhalten verwende die weiße flöte wenn du mehr wilde pokémon anziehen willst das ist eine seltene gras flöte die man nur in der höhenregion finden kann ok gut leute aber da will ich sagen schneide ich ja mal kurz und geh mal zurück zum pokémon center bis gleich so leute hier bin ich wieder das ging auch echt schnell ohne irgendein wildes pokémon ging ganz rasant dann gucken wir jetzt mal weiter in der stadt um genau gehen wir zuerst mal noch mal hier rein um die kämpfe zu machen sind das jetzt doppelkämpfe oder einen tost auf mama möge es ja immer gut gehen meine frau ist im krankenhaus dass sie bald unser baby zu was zum teufel das ist ein alter opa der wird vater ich frage nicht ich frage nicht okay ich kann nicht kochen daher bin ich mit meiner tochter hierher gekommen wie wäre es wenn wir gegeneinander kämpfen bis das essen serviert wird ups auf nein gedrückt ich frage nicht ne ja kämpfen wir einfach wie alt ist der 80 ja ok hier sieht er schon deutlich jünger aus was zum teufel was zum teufel ok naja gut nebuli und knacksel jetzt sagen wir gehen erstmal auf marschock weil der deutlich mehr power hat so guck mal wie viel drachenwut abzieht fast die hälfte ok schon mal nicht schlecht nice sehr schön nice und jetzt kann ich angreifen konfusion ebuli das können wir gut weg stecken gut ebuli du machst nochmal geheim power auf marschock und drachenwut auf knack klim das würde es mal nicht ausreichen aber das reicht aus besser alles noch mal konfusion ja das können wir gut weg stecken das ist nicht wirklich schlimm ronzi welche evo die auswechseln was haben wir denn alles noch hier ja komm ich wechsle mal aus und du gehst auf drachen gut noch mal mal gucken wenn jetzt irgendwas krasses kommt dann wechsel ich torgetik und macht erdbeben mit knacksel es dürfte hier auch sehr gut sein in diesem restaurant weil es hier nur doppelkämpfe gibt anscheinend 132 132 132 sondersensor ein hasby war kommt als nächstes funken sprung ja ich glaube funken sprung dürfte ausreichen im normalfall dieses hasby war zu killen hoff ich zumindest wir sind sechs level höher sind schon voll entwickelt kommt kriegst du hin jetzt okay gut ja mach ruhig sondersensor ich regeneriere immer wieder kp und volltreffer du assi du verdammter so aber jetzt war es das mit dir so und die kp-regeneration ist auch nice ist zwar nicht viel aber besser als gar nichts ne ok guck mal wie der hier aussieht und guck mal wie der hier im restaurant aussieht es wird zu hause bestimmt um einiges lauter wenn das baby da der sieht aus wie ein uralter mann einfach ok ja dann seid ihr die nächsten ne wenn ich meine pokémon erzähle dass ich eine was ein was ist das denn keine ahnung was es ist kenne ich nicht werden sie wahrscheinlich einversichtlich auf dich sein bist du auch ein fan von amabella drück einfach mal ja die haben noch zwei pokémon oh barsch war cool noch sieht es hässlich aus aber bald jetzt zu einem wunderschönen milo tick wieder eine menge kp ohne setzt platzscher ein ja das kann man gut und gerne mal verwechseln mit karpador zauberblatt dann scheiße nicht unbedingt das eboli hier drauf geht wie gesagt ich müsste dann noch mal zum pokémon center rennen nice level 30 für ihn deswegen wechsel ich jetzt auch mal zur sicherheit ja es wird auf jeden fall schwer die alle zu besiegen ohne ins pokémon center zurückzulaufen glaube ich wer jetzt sieht ja auch zum beispiel bei der ab bei der attacke drachen wird die mir auch schon bald die ap wieder aus wenn wir haben noch vier ap jetzt bei drachen gut ist nicht besonders viel es werden deswegen werde ich versuchen jetzt mal auf schlitzer zu gehen ja das dürfte ich eigentlich ja wohl zieht doch einiges ab ja mal auf schlitzer flutsche werden wir haben zwar äther glaube ich aber ich bin schon wieder zu geizig um die einzusetzen typisch so sehgesang füllt wieder kp auf ok hätten wir die auch besiegt niederlagen machen mir nichts aus ich bin trotzdem ein glücklicher mensch uff du bist stark amabella wenn ich dein lächeln sehe da kann ich gar nicht sagen ob ich dich oder die vorspeise appetitlicher finde lol ok moment dann gehe ich mal einmal knaxl einen super trank wenn wir noch einen haben habe ich den jetzt übersehen oder haben wir keinen mehr ja hier ok ja evo die bekommt auch einen super trank kommen nur noch torgetik dann sind alle auf level 30 als kein preis zu hoch wenn es um das wohl meiner kunst geht aber wenn ich mir die preise für das essen hier so ansehe teuer teuer wie du hast auch hunger auch nicht wo du möchtest kämpfen es könnte sein dass der ein farbbiegel hat mal gucken die preise und entern ok ich glaube der preis ist die größere gefahr deswegen gehe ich zuerst auf ihn schlitzer ok ein volltreffer das reicht sogar aus ich war schon überrascht weil es ausreicht aber waren volltreffer ok war auch immer noch kein level für für flutschi so geheim power und schlitzer das dürfte ausreichen oder denke schon ist nur ein entorn und geheim power jup bedeutet das etwa dass ich nur als künstlertalent besitze ich habe alle voraussetzungen um ein erfolgreiches model zu werden meine vorspeise ist kalt geworden tja so die nächsten trainer ja die speise sind wirklich vorzüglich und dieses hotel würdig und dieses hotel ist würdig bitte erzähl meinem freund nicht dass mein vater das restaurant gehört wenn du den mund hältst werde ich auch mit dir kämpfen ok ok schlurp und ha pi lol was für eine kombi ok ja da will ich definitiv auf schlurp zuerst gehen vor pi habe ich überhaupt keine angst aber da wird einmal geheim power nicht ausreichen es sei denn jetzt ein volltreffer dann eventuell aber ich kann mir nicht vorstellen dass es reicht ne na das stecken wir gut weg nein das sagt er noch ich habe überhaupt keine angst papi und dann haut dir ein gesang raus aha ernsthaft ähm ja ich bleib mal bei ihm bei knaxl killt jetzt schlurp oh ssssssssssss fuck ich wollte gerade sagen sagt er und dann setzt er auf einmal eine top genesung ein what the fuck willst du mich verarschen jetzt oder wie wieso haben die wieso dürfen die top genesung einsetzen zauberblatt hat das auch noch drauf scheiße man ok das zieht zwar nicht viel ab aber trotzdem ich hoffe es wacht jetzt einfach auf ich will ehrlich gesagt nicht wächst nicht auf oder ich will ehrlich gesagt nicht wechseln mit evoli komm evoli komm schon yes nice gut bitter hat es nur solche nervigen attacken drauf oder was bitterkuss gesang was denn noch alter ich hoffe du triffst knaxel kommt schon bei mir treffen die pokémon nie war wie so auch immer bei dieser bei diesem pokémon run ja okay gut gemacht evoli 94 ip nur und ein pipi kommt jetzt noch okay der ist 26 spotlight ja ich sag ja das ist betrug irgendwie irgendwas ist da falsch weil meine pokémon treffen nie wenn sie verwirrt sind sie treffen nie sie treffen einfach nicht ich würde jetzt am besten mit mit ihm hier gar nichts einsetzen deswegen wechsle ich einfach nicht dass es sich wieder selbst verletzt aber nicht zu ihm hier und zu ihm dann bekommt er noch die ep weil er ist eh da und jetzt mit geheim power und er ist langsamer und jetzt mal wäre er schneller gewesen naja es kann eigentlich gar nicht sein okay wir haben ihn besiegt hätte es nie für möglich gehalten in vaters restaurant zu verlieren wie konnte ich nur im restaurant meines vaters verlieren mein freund gab es am besten aber du warst stärker als wir beide gut und das letzte ältere ehepaar haben wir hier diese soße die ist eine würzige soße nach einem rezept aus der höhenregion sie wird aus geschriebenen gerieben geschrieben nennen geriebenen am arena bären gemacht möchte ich da auch mal probieren wo sicher pokémon okay wir haben jetzt den ganzen part nur hier verbracht aber was soll ich machen wir warten viele kämpfe auf uns plaudergeil und schnurgast wow okay auf den müssen wir acht geben ich glaube nicht dass wir beide hier lebend rauskommen finte er könnte es überleben war ein volltreffer gut hat das weggesteckt eigentlich ich weiß nicht ob es glaubt evo lehrte es nicht überlebt aber es wird halt nicht ausreichend einmal geheim power es wird nicht ausreichen war schon wieder gesang weil die mich verarschen was wollte denn jetzt kommen eboli nein aber ist paralysiert aber ist paralysiert okay ruckzuck keep und es passt nice und du kümmerst dich bitte um plaudergeil nein schon wieder top geniesung laber nicht scheiße das war aber jetzt gut von ihm gemacht kommt schnurgast darf nicht treffen vielleicht überleben die überlegen wir es furienschlag nur zweimal kommt auf jetzt ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch holy shit mm mm was soll ich machen ja ich muss geheim auf ihn ich hoffe wir sind schneller und schlitzer auf schnurgast dass der stirbt nein schade es wäre nice gewesen wenn er überlebt hätte ja aber ruckzuck keep hätte nicht ausgereicht das war gerade ein volltreffer aber hat jetzt der ruhe hat ein aber hat sich echt gut geschlagen mann so mach du mal ruckzuck keep und du machst rückkehr noch ein volltreffer vielleicht nein finte komm das muss ausreichen wenn ich damals einfach noch mal ruckzuck keep okay na endlich okay level 31 für evoli sehr sehr gut verloren die rechnung bitte so jung und doch schon so stark ist das beeindruckend 10.000 pokedollar kämpfen ist immer eine feine sache aber ein schmackhaftes aber einem schmackhaften essen gebe ich dennoch den vorzug gut bekomme ich jetzt irgendwas weil ich die alle besiegt habe nee oder nee okay dann gehe ich wieder gut dann haben wir hier zumindest alle trainer besiegt guck mir mal hier lang habe ich mit dir schon gesprochen ich schwimme lieber in einem swimming pool als im meer das meerwasser schmeckt so salzig wenn meine tränen die ich am ende eines langen urlaubs vergieße nee da ist mir das meerwasser schon lieber ap plus nice muss ich ganz ehrlich ich war erst einmal im meer oder am meer das ist echt nice natürlich ist das wasser extrem salzig hätte ich nicht gedacht aber trotzdem ist es mir deutlich lieber hallo hallo ich bin der game director oh du arbeitest an einem pokédex ich hoffe du zeigst bei dem pokédex noch einmal wenn er noch mehr einträge besitzt ähm von mir aus wenn ich daran denke kann ich das gerne machen so hier kommen wir nicht weiter brauchen wir kraxler was haben wir hier in dem haus wir sind reisende straßenkünstler da wir uns jetzt kennengelernt haben schenken wir dir dies hier tm 92 das ist was genau bizarroa raum ist eine verrückte attacke die die zeit verzehrt setzt du sie ein wird für eine weile das langsamste pokémon zuerst angreifen bevor das schnellste angreifen kann greift das langsamste pokémon an wenn du die attacke einsetzt bleibt natürlich dir als trainer überlassen ich ich bin eine ganz einfache seele meine gitarre spricht für mich alles was ich brauche sind meine musik und meine pokémon ich fühle mich überall wohl wenn ich sie nur mit bei mir habe es soll noch andere leute wie mich geben die von pokémon center zu pokémon center ziehen sieh mir in die augen ich werde deine zukunft darin lesen eine magische begegnung steht an aber ich kann nicht erkennen ob sich das auf ein pokémon oder einen trainer bezieht das letzte haus oh wirklich du bist ein reisender ja es ist immer gut wenn man fremde orte kennen lernt hast du schon mal etwas von dem zinnturm in der region joto gehört das regenbogenfarbene pokémon ich möchte es einmal im leben sehen gut ach moment das ist ja das hotel oder ne doch guten tag möchten sie hier übernachten oh ich sehe gerade sie haben gar keine reservierung das tut mir leid denn wir sind komplett ausgebucht aber sie dürfen sich hier gerne für eine weile ausrennen wenn sie möchten nein da hätte ich gar nicht zum pokémon center rennen brauchen ach so okay naja okay wusste ich nicht ihre pokémon sind wieder topfit bitte beern sie uns bald wieder dieses hotel ist so romantisch ich hoffe ein ritter in schimmernder rüstung auf einem starken pokémon wird kommen dann können wir hier unsere flitter wochen verbringen träum weiter ja hier haben wir noch ein item und zwar ein gelb stück okay gucken wir nochmal kurz vom item ob sich hier was befindet sieht aber nicht so aus ne okay leute dann würde ich sagen mach ich hier einen cut weil der part ist eh schon wieder relativ lang im nächsten part geht es hier an den strand wie es aussieht nice ich bedanke mich fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao leute